Meine lieben Bürger der deutschen demokratischen Republik und liebe Freunde in Westdeutschland und Westbäckchen. Ereignisreiche Tage liegen hinter uns. Hier und da gingen die Wochenbogen etwas hoch. Betritt man die Wohnung der Bergers im Bessauer Stadtteil Zibig, hat man in manchen Räumen den Eindruck, die Zeitreise nach der H.G. Welschen Methode funktioniere doch. Nicht nur, dass einem auf Schritt und Tritt Radio und Fernsehgeräte begegnen, die einem Rundfunkmuseum zur Ehre gereichten. All diese großen und kleinen Apparate spielen auch noch tadellos. Und davon können sie sich im Laufe dieses Beitrages auch selbst überzeugen. Wie es sich für gute Gastgeber ziemt, fast wäre man geneigt, Museumsleiter zu sagen, begrüßen die Bergers ihre Gäste selbst. Überlassen wir jetzt Herrn Berger das Wort und die Zeitreise kann beginnen. Wir möchten Sie begrüßen in unserer ganz privaten Rumpelkammer. Meine Frau und ich, wir sammeln seit 1993 alte Rundfunkgeräte, Fernsehgeräte und andere Gegenstände aus vergangenen Zeiten. Und wir sind viel unterwegs auf Trödelmärkten und bei Trödlern hier in der Gegend. Und eines der ältesten Stücke, was wir haben, ist dieses Symphonium, das ich Ihnen einmal vorführen möchte. Musik 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 Das ist hier mein ältestes Stück, ein W30 von Lomophonen, der ist hergestellt worden 1930, 31 und hat die Empfangsbereiche Mittel- und Langwelle. Ein Zweikreiser. Lautstärke stellt man ein mit der Antennenabstimmung. Und wir können vielleicht auch mal einen Blick in dieses Gerät reinwerfen. Auch für den Laien vielleicht interessant, auch wenn man dafür nicht so viel Ahnung hat, hier mal einen Blick reinzuwerfen, wie dieses Gerät funktioniert. Das ist der Netz-Travo, Gleichrichterröhre, Audionröhre für die Hochfrequenz, die Spulen für Mittel- und Langwelle. Und das ist die Endröhre. Und hier angeschlossen ist ein Trichterlautsprecher aus den frühen 20er Jahren. Das ist wohl das bekannteste deutsche Radio, der Volksempfänger 301. Die 301 steht für 30.01. 1933, den Tag der Machtergreifung. Und dieses Gerät wurde ab 1933 gebaut von fast allen deutschen Radiofirmen, sehr großer Stückzahl. Wurde zum ersten Mal auf der Funkausstellung 1933 vorgestellt und kam dann für 75 Mark in den Handel und wurde dann mehrfach auch preisgesenkt. Das ist etwa in der Form, wie er ab 1933 bis 1938 gebaut wurde. Hier in der Mitte, das ist der Knopf zur Sendereinstellung. Links ist die Umschaltung von Mittel auf Langwelle. Und rechts ist die Rückkopplung. Damit kann man dann einstellen, die Lautstärke und die Empfindlichkeit des Gerätes. Und auch heute können wir damit noch, gerade bei Dunkelheit und im Winter, in den Abendstunden doch recht viele europäische Sender hören. Und im DR-Info. Und wir werden mal sehen, was da noch zu hören ist. So ungefähr klang das damals dann. Das ist ein ganz besonderes Gerät, auch vom Sachsenwerk in Radeberg aus dem Jahr 1936. Das hat nicht, wie wir es kennen, eine normale Skala mit einem Zeiger. Das hat die sogenannte Kino-Skala. Das ist auch ein kleines technisches Kuriosum. Wenn wir jetzt einen Sender hören wollen, dann gucken wir hier, zum Beispiel, wenn wir Bern hören wollen oder Basel, dann gucken wir hier auf dieser Skala, Bern 91, gucken hier in dieses Sichtfenster und drehen dann die Sender ein. Musik. 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 Das hier ist ein Kürting-Kofferradio aus den späten 30er Jahren. Da ja vielleicht auch der Begriff Kofferradio. Die Hälfte des Gerätes war Radio und die andere Hälfte war Platz für die Batterien. Man musste das Gerät hier aufklappen und dann kommen hier der Lautsprecher und die Bedienteile zum Vorschein. Das Gerät hat zwei Rahmenantennen für Mittel- und Langwelle, hat einen externen Antennenanschluss und einen separaten Eingang für einen elektrischen Plattenspieler. Und als zur Funkausstellung, als das kleinste Radio der Welt gehandelt wurde. Hier ist Herr Berger der Zeit ein wenig vorausgeeilt. Der kleine Kosmosempfänger war natürlich erst sehr viel später dran. Wir verbleiben aber noch einen Moment in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das ist ein Telefunken-Spitzensuper aus dem Jahre 1938 und er kostete seinerzeit 500 Reismark, also ein ganzes Gegenstück zu den 75 Reismark des Volksempfängers. Und er war natürlich auch vier Klassen besser. Und wie der klingt, das können wir uns mal anhören. Das Besondere ist hier die Leuchtbandskale. Das ist die Skale für Mittelwelle. Und wenn ich jetzt hier umschalte, dann haben wir hier die Langwelle. Dann können wir noch auf Kurzwelle schalten. Aber wir bleiben bei der Mittelwelle. Und dieses Gerät hat hier zur Trennschärfeeinstellung eine wunderbare Bandbreitenregelung. Und wir wollen mal sehen, was damit heute noch zu hören ist. Der deutsche Rundfunk mit allen Sondern. Angeschlossen alle ostrankischen, italienischen, unerwischen und norwegischen Sonder, der Schweizer Drahtfunk, die Sonder Brasilien und Uruguels und der deutsche Kurzweilensonder mit den Lichtstrahlern nach Nord-, Mitten- und Südamerika, nach Asien, Afrika und Australien. Die Stimme aus Amerika. Die Vereinigten Staaten von Amerika rufen Europa. Sie bringen jetzt den Kriegsgebaren im Dienst der Stimme Amerika. Glocken der Heimat, weiten den Kriegen ein. Glocken der Heimat, weiten wir zu uns. Und dann brachten die Deutschen zum zweiten Mal den Krieg in die Welt, der schließlich wieder nach Deutschland zurückkehrte. Radios dienten kaum noch der Unterhaltung, Meldungen interessierten ob der nächste Angriff auch die Heimatstadt betraf. 1945, der Krieg war zu Ende, eine neue Ära begann. Auch für ein relativ neues Medium, das aus den Testkinderschuhen der 30er Jahre entwachsen, zunächst Eingang in die Kulturhäuser und später in die Wohnstuben fand. Dieses Fernsehgerät hier, das ist jetzt mein bestes Stück in meiner Sammlung. Nach meiner Frau möchte ich ihr nochmal betonen und mich auch gleich für ihr Verständnis, für meine Sammelleidenschaft bedanken. Dieses Fernsehgerät, das ist der Leningrad T2. Der ist gebaut worden zwischen 1951 und 1954 als Reparationsleistung für die Sowjetunion. Das T steht für Televisor und war ein sehr aufwändiges Gerät mit Radioteil. Das können wir uns mal angucken. Das ist der Kanalwähler, dem schaltet man die Sender ein. Und jetzt hätten wir hier einen Plattenspieleranschluss. Dann haben wir jetzt das Radio in einer ungeeichten Skale und es ist fest eingebaut ein, er hält hier ist er, ein UKW-Kanal, der im OET-Bereich lag und man damals einen UKW-Sender hören konnte. Das Interessante ist dann nun der Fernseher an diesem Gerät. Der ist in der äußeren Form so in etwa nachempfunden dem Fernsehvolksempfänger, der in den 30er Jahren gebaut wurde. Und von diesen Geräten sind nun nicht mehr allzu viel funktionstüchtige Geräte erhalten. Und die meisten gingen ja, wie schon gesagt wurde, in die Sowjetunion. Und einige wenige blieben auch in der DDR. Sie gingen an Kulturhäuser, gesellschaftliche Einrichtungen. Und wie so etwas damals aussah, das können wir uns jetzt einmal anschauen. Technik, Wissenschaft und Kultur kommen unseren Genossenschaftsbauern zugute. Zum ersten Mal wurde einer Produktionsgenossenschaft ein Fernsehgerät übergeben. Der sowjetische Film, Goldener Sommer. Ein Blick in das Land des Sozialismus, seinen Kampf, seine Errungenschaften und seine Siege. Blick in eine frohe und glückliche Zukunft, für die auch unsere Produktionsgenossenschaften arbeiten. Sie werden sie erringen. Wir haben das große Vorbild des sozialistischen Aufbaus, des Kampfes für den Frieden. Hier haben wir jetzt eines der edelsten Stücke, die jemals in den frühen 50er Jahren der DDR gebaut wurden. Das ist die Schallabendrohe aus Stassfurt. Und dieses Gerät hat eines der ersten UKW-Radius integriert und ist dann auch hier versehen mit einem Tonbandgerät und einem Plattenspieler. Und wir werden jetzt mal warten, bis das Gerät warm geworden ist und dann können wir das auch mal vorführen. Eingebaut in diesem Gerät ist das Tonbandgerät Topaz und das ist eines der ersten Geräte, was auch als Schatulle in der DDR gebaut wurde. Das mit einem Plattenspieler und einem Tonbandgerät, wenn wir jetzt den Plattenteller hier abnehmen, hier jetzt das Gerät einschalten, den Motor anschwenken, auf Tonband drücken und warten, bis die Netzkontrolle aufleuchtet. Dann können wir auch mal hören, wie das damals so in etwa in den Wohnstuben klang. Dann können wir auch mal gucken. So schön war die Zeit, dort wo die Blumen blühen, dort wo die Täler grühen, dort war ich einmal zu Hause. Wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland, wie lang bin ich noch mal allein. Das ist nun das zweite Gerät, was im Sachsenwerk-Radeberg nach dem Leningrad, den wir unten gesehen haben, gebaut wurde von 1953 bis 1955. Das ist der Rembrandt und das war das erste Gerät, was für den sogenannten Bevölkerungsbedarf in der DDR in den Handel kam. Das Gerät kostete seinerzeit 1500 Mark und es war schon auch für damalige Verhältnisse ein recht stolzer Preis. Es war, empfangbar war das Band 1 zu der Zeit und es hatte zwei eingebaute Kanäle für UKW-Sender, man konnte zwei UKW-Sender damit hören. Und was man damals damit so guckte, das können wir uns jetzt mal anschauen. Meine lieben Bürger der Deutschen Demokratischen Republik und liebe Freunde in Westdeutschland und Westberlin, ereignisreiche Tage liegen hinter uns. Hier und da gingen die Wogen etwas hoch, sie glätten sich allmählich. Die von Schöneberg und Bonn künstlich geschürte Aufregung ist abgeebbt. Natürlich müssen wir weiterhin wachsam sein, aber das Leben geht seinen ruhigen Gang. Dieses Gerät ist ein Kuriosum in der DDR-Rundfunkgeschichte, ist der Colibri 2. Es ist ein Einkreisempfänger, ein billiger Einkreisempfänger, vergleichbar mit dem Volksempfänger. Und er war fest eingestellt auf zwei DDR-Sender, also hier zum Beispiel Berlin 2. Und wenn man dann umschaltete, Berlin 1 war damals der Berliner Rundfunk und der Deutschland-Sender. Und er war eben fest abgeglichen auf diese zwei DDR-Sender. Und jeder, der dort mit das anders hören wollte, musste erst einmal an diesem Gerät basteln. Damit verlassen wir diesmal die Bergers. Sie haben sie ja bereits als ausgesprochen höfliche Gastgeber kennengelernt. Und so verabschieden sie sich auch selbst von ihnen, den Zuschauern. Wir haben zu zweit angefangen, Ende zu dritt und ich hoffe, es war für alle ein interessanter Beitrag im TV Dessau. Und zum Abschluss hat Herr Berger noch etwas aus Urgroßvaters Zeit hervorgeholt. Doch hören Sie selbst, sehen Sie selbst, urteilen Sie selbst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017